. . . So, in der Luft ist der Rainer Vetter. Ja, die Unterkunft von der Rainer, das ist ja auch schon ein bewährtes Duett. Seit vielen Jahren betreibt er diese Maschine. Der Rainer ist ja jemand, der nicht nur gut fliegen kann, sondern der sein Können, der auch der Allgemeinheit und anderen Modellblutsportlern zur Verfügung stellt, indem er sein Wissen um diverse elektronische Komponenten aktiv in die Entwicklung von solchen Fly-Dallas-Systemen integriert. Und jetzt mal eine Pireute im Vorbeiflug. Die 205 ist ja einer der wenigen Hubschauer, der auch als Kriminalmaschine kunstflugtauglich ist. Und so zeigt er uns jetzt hier auch eine kleine Auswahl von Kunstflugfiguren. ... ... ... Und jetzt ist er also voll zu Gange mit seiner Pro 105, die im Übrigen auch eine beachtliche Größe hat, also 2 Meter groß, würde ich sagen. Und eine sehr auffällige Lackierung hat mit dieser orange-metallic-weißer Bauch. Und dieser tinte blau, ist ja auch immer so lila. Rund die Unterseite noch ein bisschen kaltlich gelackiert. Er hat sichtlich Spaß mit seiner Modell, mit seiner Pro 105. Sehr windig, sehr steuervollksam und ihr Pilot der Rheinland-Pöcker. Der Rheinland ist ja sehr eng, ich habe es vorhin schon angedeutet, sehr eng mit der Modellbaufirma Mikado verbunden. Damit hat er gesagt, er entwickelt gerade eine Cloud-Lösung, wo Piloten dann sozusagen über eine Cloud die Daten dieser Modell während des Fluges produziert. Also welche Ströme, welche Höhen, welche Geschwindigkeiten habe ich wann wohl im Flug produziert. Das kann man alles für eine Cloud-Lösung letztendlich so ablesen, auslesbar machen, dass man die Daten zu Hause dann am Computer, am großen Bildschirm in aller Ruhe sich betrachten kann. Also Sie sehen, die Digitalisierung hält auch beim Modellbau immer weiter Einzug. Und die Entwicklung ist ja noch lange nicht am Ende, aber zum Beispiel fallen auch an interessanten und für mich sehr zutreffenden Unterschieden hier mal aufgezeigt. Ich kenne es noch und das ist auch, sagen wir mal, noch in meinem Kopf so geheim. Ich programmiere eine Fernsteuerung so, dass wenn ich die so bediene mit ihren Schaltern und Knöpfen, ein Modell dann so fliegt, wie ich es möchte. Dass ich programmiere meine Fernsteuerung. Er sagt heutzutage, wie ich es gezeigt habe. Und heute ist es so, sagt er, heute programmiert man das Modell. So dass der Sender nur noch als Dummy benutzt wird. Ich brauche halt ein Knüppel, aber das Schalter, damit ich es fliehen kann. Aber programmiert wird das Modell. Und das Modell, wenn einmal dann packt, oder zumindest dann kann dieses Modell sozusagen jeder andere Pilot auch sofort fliegen, weil er sich nur an das Modell ankoppeln muss und tut. Ja, und solche Dinge macht er dann nebenbei in seiner Freizeit. Der Rainer Vetter. So, Herr Kummer. Ja, ich glaube nicht alles, sondern...